So, dann würde ich nochmal ganz gerne... Warte, komm. Eisbogen. Ah, oh, äh... Kiste. Ist dann Eiszapfen. So, dann würde ich ganz gerne mal den Holzdinger da oben anmarschießen. Und... Okay, dann machen wir hier eine Kiste. Okay, also was wir als erstes holen, ist der da. Einfach damit wir noch haben. So. Dann wäre das übernächste... Wäre ja quasi... Ähm... Genau. Höö! Das war jetzt nicht beabsichtigt. Wir wechseln die Figur... Oh Mann, wieso, wieso da oben jetzt? Danke. Also manchmal ist nicht mehr gerade gegen die letzten Level nicht verständlich, warum manche Positionen... Also warum manchmal an manchen Stellen geladen wird und manchmal an anderen Stellen... Okay... Also, das will ich jetzt erstmal haben, dann will ich das haben... So... So... Und dann muss ich sagen... Du... Also mein... Mein... Meine Geschwindigkeit mit dem Bogen ist echt für die Tonne, muss ich sagen... Okay... Na, klappt das wenigstens? Ja klar... Okay... Dann... B... So... Okay... Da geht's runter... Oh nein... Müssen wir schon wieder durch eine Schmiede? So... Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne speichern... Und dann muss ich hier hinten sagen... Äh... Mutig... Okay... Das war jetzt nur fürs Protokoll... Äh... Sekunde... So... Dichtwillig... Gibt's hier irgendwo was zum mitnehmen? Ne... Kann ich die Fässer nehmen? Die Lava Fässer... Äh... Die Sprengfässer... Bringt mir das was? Eins... Die Sprengfässer... Die Sprengfässer... ... Eins... Zwei... Katztruhe da oben kommen. Weil ich das natürlich immer gerne möchte. Aber ich sehe gerade nicht, wie ich das hinkriegen soll. So, wir können natürlich was probieren. Wir können natürlich mal sagen, so. Der müsste aber sofort schmelzen. Genau. Das lebt einfach nicht lange genug. Das lebt einfach nicht lange genug. Was ich aber auch machen könnte, wäre hier den da hin. Und so hin. Na, komm. 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 Okay, der kommt da nicht durch. So rum vielleicht? Nee. Also der schafft es einfach nicht dadurch. Das einzige, was ich vielleicht machen könnte, wäre so. Nee, das geht auch nicht. Kann ich dich so drehen? Na, kommst du so dadurch? Auch nicht. Okay. Also da komme ich an den Ströpsel komme ich nicht ran. Deswegen lege ich dich einfach mal da hin. Ach, ich bin auch dämlich. Hihi. Aber dann weiß ich immer noch nicht. Ach so, warte mal. Der klappt. So, dann kann ich hier nämlich eine Kiste draufpacken. Und da kann ich auch noch eine Kiste draufpacken. So, die tue ich aber dann hier so hin. Da ist Feuer. Da hüfte ich hier drauf. Und da hüfte ich hier hoch. Ah, wunderbar. Und B war's. Und stopp. Schön. Und da ist wieder Feuer. Wir warten das Feuer ab. Und da geht's hier wieder weiter. So. Dann kann ich dich mal zerstören. Und dich mal zerstören. Und bei dir weiß ich noch nicht, ob ich dich noch wieder brauche. Deswegen lege ich dich jetzt mal da hin. So, und du kannst jetzt von mir aus da rüber. Ja, ich brauch dich nochmal. Bam. So, dann darfst du nämlich da jetzt hin. Und dann machen wir das noch wieder so. Eins, zwei, drei, vier. Kiste. Und eins, zwei, drei, vier. Kiste. Und weiter geht's. Genau. Dämlicher Kachelofen oder was du auch immer bist. Also, die Viecher sind echt ätzend, muss ich sagen. So. Dann wird's hier mal da rüber gehen. Und dann würde ich sagen, du da. Ja, wunderbar und ausgezeichnet. So. Dich kann ich noch mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich einfach höher kommen will. So. Ähm. Du bist du. Und dann würde ich ganz gerne dadurch. Und da rüber. Dann würde ich dich ganz... ja, hau mal ab. So. Würde ich dich ganz gerne nehmen. Und dich so hinpacken. Und da runter. So. Und dann kannst du jetzt... da hoch. Okay. Und dann muss ich da wahrscheinlich eine Kiste draufpacken. Auf die ich jetzt eben draufhüpfen muss. Oder fast. Ja, gut. Ich glaube, ich mach das anders. Ich glaube, ich schnapp mir... ...Säuer. Und sag mir, Säuer, bitte... ...hüpf doch mal... ...da drauf. Ui. Okay, dann muss ich wahrscheinlich wirklich sagen... ...ich muss hier auf einem Brett surfen, oder? Naja, fast nicht. Boah. Aber so von der Idee her... ...muss das glaubst du sein. Na ja, fast. Also. Zack. Okay. Du kannst weg. Und du kannst weg. Staffel. Um. Oh. Oh. Ah! 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 Okay, wo bist denn du? Du, mal so. Ach, verdammt. Okay, das funktioniert nicht. Zumindest nicht so richtig. Aber dann machen wir das doch anders. Na? Tschüss. Okay, hier gehen wir mal wieder zurück. Ist der jetzt tot da unten? Hm, ich weiß es nicht genau. Ich will es auch gar nicht so genau wissen, muss ich sagen. Darüber will ich auch nicht. Okay. Was ich jetzt ganz gerne hätte. Wäre quasi da hochkommen. Oh. Das geht auch. So, und dann kann ich dich nehmen. Und hier mal sagen. Und zu dir kann ich sagen. Fluff. Fluff. Ah, warte mal. Du kannst hier so hinhängen. Ah, okay. Okay, gut. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Wollte ich vielleicht mal weg. Und nehmen... Äh, dich. Schnipsel nicht dahin. Sagen zu dir. Einmal... Einmal rotiert. Einmal rotiert. Weil die ausgeschenkt. Ehh